Die Regeln. Es müssen jeweils richtige Begriffe zur jeweiligen Kategorie genannt werden. Erst dann darf der Ball weitergegeben werden. Eine Runde endet, sobald der Ball explodiert. Und das kann zu jedem Zeitpunkt passieren. Und es wird im Format Best of Seven gespielt. Wer also zuerst vier Runden für sich entscheiden kann, der hat gewonnen. Ich weiß nicht, wer ist smart. Wer beginnt? Das ist besser, glaube ich. Taktik! 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 Nein, nein, nein. Das ist mal weg. Nein, nein, nein. Von der E-Divisie? Okay, ja. Let's do it. Auf Deutsch? Stadion? Die Klubs. Weißt du, was das ist? Lachen wir auch. Weißt du? Nein, nein. Weißt du nicht? Ihr habt schon euer Wettverbrauch. Tink! In Holland oder was? In Holland? Nein, nein, nein. Ich kann nur Ajax. Reicht, reicht. Sag Ajax oder Ajax B. Sag mal. Du darfst nicht helfen, du? Nein, nein, nein. Er darf nicht helfen. Nein, nein, nein. Er darf nicht helfen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Alles gut. Alles gut, alles gut. Ich kann warten, oder? Ich kann warten, oder? Du weißt, das kann doch jetzt passieren. Kann jederzeit. Ajax. PSV. Easy. Feiernot. AC Altma. Ja, Mann. Noch nie so leicht gewesen. Ja, das ist unser Joker. Wir haben noch gegen den gespielt. Ehrlich, Mann. Hans ist einfach unser Joker. Hast du Hober, mein Freund? Nein, holländische Liga nicht. Vielleicht kommt finnische Warta. Ja, finnische Warta. Ja, finnische Warta. Kennst du die Liga? Ja, drei, vier. Hups. Aber da bin ich auch nicht so stark, glaube ich. Ich kann auch nicht, aber er kennt, glaube ich, nur Barca und... Ja, warte doch. Hättest du nicht gewusst. Easy auch. Oder? Auch mal. Wenn der Ball wieder bei ihm ist, dann gewinnt. Ja, komm. Das macht dich ja spannend. Ich habe noch nie gesehen sowas. Ich habe noch nie gesehen sowas. Barcelona. Real. Atletico. Valencia. Sevilla. Villarreal. Atletico Bilbao. Betty Sevilla. Boah. Easy, easy, easy. Fancy Tink. Nein, 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 nein. Mach nicht so früh das. Tink, mein Freund. Das ist das Schwierige. Das kann passieren. Sag! Just say! Nein, nein, easy, man. Say something! What? I don't know. Say! Weißt du was? Ich guck genau, hey. Watch Europa League. Viertaf vor São Paulo. Zeltar Vigo hätte ich noch. Tim. Miro. Möllen. Svel. Sahi. Chris. Andi. Tapa. Mario. Jule. Malle. Ramiro. Ramiro. Migo. Was heißt denn? Ramiro. Was hast du? Migo. Hat du schon? Nein. Ich hab das gehört. Pierre. Nimm doch. Ramiro. Wie lange dauert das? Wie hat das heute jeder, oder? Bumm. Ja! Komm, Hans hier, Mann. Oh, oh. Daniel. Daniel. Mats. Lennart. Egal, er ist noch nicht so lange dabei. Wie kennst du jetzt? Länder? Ja. Finnland. Europa, oder? Ja. Nein, eines nicht. Was? Du machst es mir fest, mein Freund. Mach es nicht. Hans, ich denke an Brexit, oder? Ehrlich? Finnland. Noch nie so einfach gewesen. Noch nie so. Wir haben 4-0, ne? Ja. Wir lost? Ja. Natürlich. Du hast dir euch das vorgestellt, oder? Wow. Aber warum hat er jetzt gewartet? Was? Warum? Ja, warum? Warum? Warum hat es geliebt? Du wartet alle Tag? Ich warte 10 Sekunden und er sagte, okay, warum? Warum? Komm nicht, oder? Jetzt wusste ich. Jetzt hätte ich gewusst. Was hast du gesagt? Ja, das ist Norwegen, Schweden, Holland, Dänemark, Portugal, Spanien, Italien. Ja, Mann. Das wäre deine Kategorie. Aber jetzt ist es vorbei. Ja, jetzt ist es vorbei.